Ich bin jetzt hier auf dem Glassfloor-Level. Ich trau mich nicht mal, das Handy drüber zu halten. Aber ich geh mal raus, ein bisschen Frischluft und Wind schnappel. Dieses Schild ist mein Highlight des heutigen Tages. Es ist übrigens schweinekalt in Toronto. Ja, und Windig. Also, ein bisschen. Joa, das war jetzt mein Ausflug auf den CM Tower. Sag mal an, liebe Leute. Oh nein, ich komm nicht mehr rein. Sag mal an, liebe Leute. Ich hab den ganzen Tag frei. Heute einen Tag. Gibt mal Tipps, was kann ich machen in Toronto? Was ist ein unbedingtes, total geiles, musste machen, musste gesehen haben. Und damit meine ich nicht auf den Glasboden steigen. Sondern was, was auch Leute mit Höhenangst gefahrlos tun können. Chips und Tricks her. Aber zack, zack. Aber zack, zack. bis zum nächsten Mal. Mach einen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.